herzlich willkommen zum podcast der 2p plan personal in unserem heutigen beitrag möchten wir darüber sprechen wie man kosten für fort und weiterbildung von der steuer absetzen kann wir begrüßen zu diesem thema den experten herbert schulte der steuer und unternehmensberatung dirkes partner herzlich willkommen herr schulte sie gründeten bereits 2009 die schulte steuer und unternehmensberatung und fusionierten 2016 mit dirkes und partner bei ihrer arbeit steht der kunde mit seinen individuellen beratungsthemen im mittelpunkt und sie verbinden tradition und moderne dafür wurden sie 2019 von der swi finance deutschland als beste steuerberater und wirtschaftsprüfer nominiert auch beim hamburger weiterbildungsbonus steht der mensch mit seinen individuellen weiterbildungsbedürfnissen im mittelpunkt besonders in den letzten anderthalb jahren der pandemie hat sich gezeigt wie wichtig das thema weiterbildung ist insbesondere digitale fähigkeiten sind wichtiger denn je wie haben sie diese zeit im unternehmen erlebt herr schulte zurzeit ist es sehr schwierig fachkräfte zu bekommen deshalb bilden wir selbst aus der gute mitarbeiter sind sehr motiviert und wollen sich fachlich weiterentwickeln dies müssen wir gewährleisten ansonsten kommen die guten kräfte erst gar nicht in deutschland gibt es übrigens ein recht auf berufliche weiterbildung wir haben beispielsweise extra eine eigene gesellschaft gegründet welche mandanten bei der einführung der digitalisierung begleitet hierzu werden auch unsere eigenen mitarbeiter ausgebildet aber natürlich auch die mitarbeiter der kunden jeder arbeitnehmer sollte sich weiterbilden um seine beruflichen fähigkeiten zu erhalten anzupassen oder auch zu erweitern ja da stimme ich ihnen voll zu viele menschen haben diese schwierige zeit genutzt und sich bei uns über die fördermöglichkeiten und den weiterbildungsbonus zu informieren diejenigen die in eine weiterbildung gestartet sind werden bei der nächsten steuererklärung für ihre mühe zusätzlich belohnt denn es gibt geld vom finanzamt zurück welche bildungsmaßnahmen können arbeitnehmer denn eigentlich absetzen herr schulte zu den absetzbaren bildungsmaßnahmen gehören lehrgänge seminare abendkurse und sogar umschulung in einen ganz anderen neuen beruf sehr interessant wer kann mit einer weiterbildung denn genau steuern sparen steuern können sparen arbeitnehmer selbstständige personen in elternzeit geringe verdiener und arbeitssuchende in pandemie zeiten haben sehr viele menschen im home office gearbeitet kann denn eigentlich der heimische arbeitsplatz auch von der steuer abgesetzt werden ja wegen der corona krise hat die regierung eine home office pauschale beschlossen die voll 600 euro pauschale das sind fünf euro pro tag dürfen sie allerdings nur abziehen wenn sie mindestens 120 tage zu hause arbeiten kurzum sie profitieren nur von der home office pauschale wenn sie mit anderen beruflichen ausgaben wie zum beispiel fahrtkosten zur betriebsstätte über den betrag von 1000 euro hinzug über über den betrag von 1000 euro kommen die home office pauschale ist kein bonus oder auch kein zuschlag und wird mit der werbungskosten pauschale verrechnet also jedes jahr frage ich mich von neuen persönlich welche formulare ich eigentlich bei der steuererklärung brauche in welcher anlage können weiterbildungskosten angegeben werden und müssen die ausgaben eigentlich belegt werden weiterbildungskosten sind werbungskosten und dazu benötigen sie die anlage n die belege wie rechnung quittung und so weiter sollen zehn jahre aufbewahrt werden nach der habe ich ja wieder was dazu gelernt rechnet das finanzamt eigentlich bei selbstständigen und arbeitnehmern die weiterbildungskosten anders ab ja da gibt es unterschiedliche berechnungsgrundlagen für selbstständige sind weiterbildungskosten ab dem ersten euro betriebsausgaben und je höher die ausgaben desto niedriger ist der steuerpflichtige gewinn und des weniger steuern sind zu zahlen ein großer vorteil bei den selbstständigen besteht darin dass die ihnen in rechnung gestellte umsatzsteuer vom finanzamt erstattet wird das sind immerhin 19 prozent bei arbeitnehmern setzt das finanzamt automatisch eine werbungskostenpauschale von 1000 euro an sind diese 1000 euro bereits ausgeschöpft macht sich eine weiterbildung voll bemerkbar hat ein angestellter dann zum beispiel 800 euro für eine weiterbildung mit ausgegeben und hat einen steuersatz von 25 prozent dann bekommt er 200 euro zurück na das ist ja ordentlich besucht zum beispiel ein elternteil in elternzeit ein fortbildungskurs auf eigene kosten kann es die kosten auch beim finanzamt gelten machen liegen die bildungskosten höher als das einkommen ermittelt das finanzamt dann einen steuerlichen verlust und dieser verlust wird dann mit den einkünften des ehepartners verrechnet wenn der eigene einkünfte hat und wenn das paar gemeinsam veranlagt werden bei arbeitssuchenden die ohne einkommen sind gilt die werbungskostenpauschale von 1000 euro allerdings nicht können sie uns noch genau sagen welche kosten man eigentlich absetzen kann ja sehr gerne von der steuer absetzen kann man kurs und prüfungsgebühren reisekosten wie die hin und rückfahrt zum fortbildungsort wenn sie sich in vollzeit ausbilden oder weiterbilden können sie bei fahrten zur bildungseinrichtung allerdings nur die einfache fahrt absetzen dann übernachtungskosten beispielsweise im hotel allerdings wenn sie eine eigene miete bezahlen dann geht es nur wenn es sich um ein zweit wohnsitz handelt essen und trinken außer haus wird mit einer verpflegungspauschale berücksichtigt arbeitsmittel wie fachprüf arbeitsmittel wie fachbücher oder schreibmaterial internet oder telefon kosten auch berufskleidung oder werkzeuge wie zum beispiel eine friseurschere kann man berücksichtigen und der heimische arbeitsplatz wenn sie diesen für eine weiterbildung nutzen indem sie die das gelernte und erlernte nach und vorbereiten müssen wichtig wäre eine bescheinigung des arbeitgebers oder anderer kompetenter stellen wie zum beispiel die handwerkskammer dass die bescheinigen dass die weiterbildungsmaßnahme hilfreich für die berufsausbildung ist ja sehr hilfreich das kann ich mir gut vorstellen auch kosten für einen eigenen arbeitskreis sind ansetzbar wie zum beispiel fortfahrt kosten dahin sogar unfallkosten die entstanden sind auf fahrten im zusammenhang mit weiterbildung werden absetzbar ja sehr interessant ist lebensbegleitendes lernen bei ihnen in der firma denn eigentlich auch ein thema gerade im steuerrecht ist die laufende weiterbildung wichtig ohne dem geht das gar nicht nehmen sie sich aber auch das beispiel der digitalisierung auch im privaten bereich geht es nicht mehr ohne mein eindruck ist man darf den anschluss nicht verlieren ja das sehe ich genauso herr schulte wir bedanken uns ganz herzlich für die wertvollen informationen und die zeit für das gespräch wir beim hamburger weiterbildungsbonus entwickeln gemeinsam mit interessenten individuelle lösungen für förderung und bildungswege die kontaktaufnahme zu unserem beratungsteam lohnt sich also immer beratungsteam lohnt sich also immer mehr auf die direkte